Und die Kontermöglichkeiten der Borussen. Sie sind natürlich schwerer zu nutzen, weil keiner mehr so schnell ist. Auf diesem tiefen Boden, vielleicht Ruppen, vielleicht. Großer. Einmalig. Hier die Nerven zu behalten, eine Hintermannschaft so auszuspielen, wie Rupp das tat. Ich glaube, da muss man ihm alle vergebenen Torchancen vorher verzeihen. Das ist ganz toll. Einmal, zweimal, dreimal. Unwahrscheinlich.